Ein Fischer sitzt am Strand, wo er gerade mit seinem Boot angelegt hat. Es ist noch früher Nachmittag und er hat bereits drei Thunfische gefangen. Da kommt ein junger Investmentbanker vorbei und fragt ihn, warum fangen Sie nicht noch ein paar mehr Fische? Es ist doch noch recht früh. Der Fischer antwortet, ach, wissen Sie, ich habe heute noch ein paar schöne Dinge vor. Ich möchte mit meiner Familie zusammen sein. Dann möchte ich mich mit ein paar Freunden treffen und Wein trinken und ein bisschen Musik spielen. Und dann möchte ich mich noch ein bisschen hinsetzen, den Tag genießen. Der Investmentbanker zieht eine Augenbraue hoch und erklärt ihm, Tja, wissen Sie, ich habe da eine ganz tolle Idee für Sie. Wenn Sie einfach nur jeden Tag ein paar mehr Stunden arbeiten würden, dann könnten Sie ein paar mehr Fische fangen, das Geld sparen und sich davon nach einiger Zeit ein größeres Boot kaufen. Mit dem größeren Boot können Sie dann noch mehr Fische fangen. Sie könnten diese größere Menge direkt über den Großhändler für mehr Geld verkaufen. So würden Sie größere Profite machen und dann könnten Sie irgendwann selbst eine Fabrik kaufen. Nach einiger Zeit könnten Sie dann sogar in die Börse gehen und Ihre Firma verkaufen. für Millionen. Dann wären Sie Millionär und könnten das Leben genießen. Der Fischer überlegt kurz und schaut den Investmentbanker skeptisch an. Wie lange würde das Ganze denn ungefähr dauern? Naja, so 15 bis 20 Jahre etwa, wenn Sie Glück haben. Der Fischer fragt den Investmentbanker weiter. Was würde ich dann tun, wenn ich das gemacht hätte und wenn ich das alles verkauft hätte? Der Investmentbanker überlegt einen Moment. Naja, dann könnten Sie den ganzen Tag mit Ihrer Familie verbringen, den Abend mit Ihren Freunden zusammen sein, Musik machen, Wein trinken und auch einfach mal nichts tun. und dann hätten Sie sogar noch ein bisschen Zeit, um fischen zu gehen. Hey, es ist endlich Frühling! Ich hoffe, du konntest die letzten Folgen so genießen, wie die Sonne in den letzten Tagen und bist bereit für den Aufbruch ins Neue. Denn nachdem du nun einen Schritt nach draußen gemacht hast und das nicht nur zum Spazierengehen, sondern in den letzten Folgen ja auch im Geist sozusagen, ist es dir sicher schon viel leichter gefallen, die Dinge in deinem Leben, deine Prägung, deine Ängste, deine Entscheidungen mit etwas Abstand zu betrachten. Die heutige Folge soll dir dabei mal richtig praktisch helfen. Es ist eine Mitmachfolge sozusagen. Zu erkennen, welches Programm oder Theaterstück immer wieder im eigenen Unterbewusstsein abläuft, ist ja erstens gar nicht so einfach und zweitens auch ganz schön frustrierend manchmal. Aber auch erleichternd, da vieles von dem, was dir Druck macht im Hinterkopf, ein bisschen besser als das betrachtet werden kann, was es meistens ist, nämlich nur eine Idee oder eine Vorstellung, die Gott sei Dank doch nicht so alternativlos ist, wie sie sich über die Jahre vielleicht angefühlt haben mag. Es ist ein möglicher Lebensentwurf von vielen. Einer, der zu jeder Zeit überdacht und, wenn du das möchtest, völlig neu definiert werden darf und soll, wenn dir das gut tut und wenn es dich weiterbringt. Zu erkennen, wie viel wir eigentlich von unseren Eltern übernehmen und ungeprüft weiterleben, ohne das zu merken, ist anstrengend und am Anfang auch ganz schön diffus vom Gefühl her. Denn das Leben ist groß und umfassend und auch, wenn es wichtig ist zu sehen, wie viel Einfluss unsere Annahme, wie die Welt ist und wie sie funktioniert, auf unsere Lebensentscheidung und Einstellung hat, so kann man sich darin auch schnell verlieren. Die Erkenntnis allein, dass nicht alle Konzepte, die wir bei unseren Eltern beobachtet haben, sich für unser eigenes Leben eignen, reicht nicht, um alles anders zu machen. Oder? Und weil sich das auch immer wieder in meiner täglichen Arbeit zeigt, habe ich dir heute die Top 11 der Fragen und eines meiner liebsten Gedichte am Ende dieser Folge aus meinen Coachings mitgebracht, die dir dabei helfen werden, aus dem Denknebel auszusteigen, deine Erkenntnisse ein bisschen greifbarer zu machen und dir eine feste Basis zu schaffen, von der aus du in deinem eigenen Tempo anfangen kannst, dir alternative Sichtweisen oder gar einen neuen Lebensstil zu erschaffen und zwar so, wie du dir das wünschst. Jetzt drück aber erst mal kurz Pause und hol dir Zettel und Stift. Ich warte hier so lange und erzähl dir dann noch kurz von Katharina, wenn du wieder da bist. Hast du? Okay. Bevor wir mit den Fragen loslegen. Katharina war eine meiner Kundinnen, der es unheimlich schwer fiel, ihren Job, bei dem sie wahnsinnig gut verdiente, aber auch wahnsinnig unglücklich war, aufzugeben und zu wechseln. Und das, obwohl sie ab einem gewissen Punkt auf das Geld nicht mal mehr richtig Wert gelegt hat. Sie kämpfte fast anderthalb Jahre schon mit sich und es wurmte sie, dass sie nicht mal so richtig festmachen konnte, was sie eigentlich innerlich davon abhielt. Aber sie konnte nicht aus ihrer Haut und ihre Situation wurde immer prekärer und prekärer, weil dieser Job ihr halt so viel abverlangte und sie halt nicht wusste, warum sie das nicht loslassen konnte. Und natürlich haben auch Katharina und ich uns ihre Prägungen angeschaut. Die tricky Sache mit den Prägungen ist ja die, selbst wenn uns klar ist, wie unsere Eltern agieren, und was wir uns abgeschaut und vielleicht ja sogar schon bewusst bei uns verändert haben, gibt es etwas, was in den meisten Fällen erstmal übersehen wird, weil es quasi nicht da ist. Nämlich die Dinge, die wir nicht gesehen und gelernt haben, weil sie in unserer Welt, in der Welt unserer Vorbilder, in der Welt unserer Vorbilder gar nicht existiert haben. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, sagt der Volksmund, aber was ich nicht weiß, das kann ich eben auch nicht ändern. Und mit Katharina und wirklich vielen anderen meiner Kunden stellte ich im Laufe des Coachings fest, dass die Eltern manche Dinge so verwerflich fanden, dass sie sie komplett aus ihrer und auch Katharinas Realität ausgeblendet hatten. Bei Katharina waren das zum Beispiel alle Noten, die schlechter waren als zwei. Ich fragte sie, was sie denn gelernt hätte als Kind, was passiert, wenn die eigene Leistung mal durchschnittlich oder vielleicht sogar schlecht ist und eben nicht exzellent eins oder zwei. Katharina starrte mich im ersten Moment an, als ob ich irgendwas völlig Absurdes gesagt habe oder als ob sie die Frage nicht versteht. Und zuckte dann mit den Schultern. Denn eine schlechtere Note als eine zwei nach Hause zu bringen, war einfach undenkbar. Und die Erfahrung, was passiert, wenn man keine perfekte Leistung bringt, war einfach noch nie gemacht worden von ihr. Vielleicht kannst du dir vorstellen, unter welchem extremen Druck Katharina einfach alles in ihrem Leben bis hierhin durchgezogen hatte, wenn sie tatsächlich nie eine schlechte Bewertung oder Note als Kind erfahren durfte. Und dementsprechend auch nie erfahren durfte, dass die Welt auch nach einer 3 oder einer 4 oder einer 5 oder einer 6 sich in der Regel weiter dreht. Dass es Möglichkeiten gibt, das auszubügeln und dass eben die Welt nicht untergeht. Was also erstmal ganz gut klingt, nämlich immer und überall die Beste zu sein, wurde für Katharina zum Burnout-Desaster. Eine diffuse unbewusste Angst vor dem großen Unbekannten hatte sich entwickelt. Sie hatte die Erfahrung nicht, auch mal Mittelmaß zu sein, aber eben die Suggestion der Eltern, dass, egal was dann passieren würde, es mit Sicherheit sehr, sehr schlimm wäre, Mittelmaß zu sein. So, du hast ja jetzt auch Zettel und Stift und ja, alles klar, dann lass uns mal loslegen und die Sache, wie bei Katharina, mit Fragen auf den Punkt bringen. Denn die Fragen, die Katharina geholfen haben, auch das zu entdecken, was nicht da war, sind Fragen, die mir und meinen Kunden in, ja, vielleicht 80 Prozent aller Coachings bei Burnout Coaching Berlin früher oder später begegnen. Schreib dir die Fragen also gerne auf und nimm dir später ein paar Tage Zeit, immer mal wieder drüber zu sanieren und gegebenenfalls im Laufe der Zeit Ansichten und Überzeugungen zu entwickeln, die du dir aussuchst und die für dich gesund sind. Denn das ist eben auch das Gute an all dem, was du vielleicht noch nicht erfahren hast. Du kannst deine eigene Ansicht dazu entwickeln und etablieren, ohne alte Muster ersetzen zu müssen. Und das ist der große Unterschied zu allem, was wir in dieser Staffel bisher am Podcast so hatten. Los geht's! Frage Nummer 1 Ab wann darf man aufgeben, auch wenn man etwas nicht fertig oder nicht perfekt oder ein Ziel nicht erreicht hat? Was sind die Kriterien, um einen anderen Weg einschlagen zu dürfen, auch wenn eine Sache unvollendet oder eine Sache nicht perfekt abgeschlossen ist? Frage Nummer 2 Ab wann im Leben darf man sich eigentlich zurücklehnen und das, was ist, einfach genießen, statt sich abzuhetzen und all das Schöne immer nur vorbeiziehen zu sehen, neben der Arbeit und dem ganzen Stress im Alltag. Frage Nummer 3 Ab wann ist man anerkannt genug oder angekommen und muss sich nicht mehr weiter nach oben arbeiten, koste es, was es wolle? Viertens eine wichtige Frage für alle da draußen, die Eltern sind. Wie viel Vertrauen darfst du in dein Kind haben? In seine Entwicklungs- und Leistungsfähigkeit, in seine Wünsche, seine Visionen für seinen Weg? Daraus resultierend fünftens wie locker darfst du sein, wenn es um die schulischen Leistungen deiner Kinder geht? zurück zu dir Frage Nummer 6 Wie viel Vertrauen darfst du in dich und in dein Gespür für Entscheidungen haben? Und siebtens wie viel Vertrauen darfst du in deine Kinder und ihr Gespür für Entscheidungen haben? Achtens Wie viel Vertrauen darf man in den Staat und seine Menschen haben, in dem du lebst? Neuntens Ist es in Ordnung festzustellen, dass die eigenen Ziele sich verändert haben? Zehntens und diese Frage ist ähnlich wie Frage 1 und ist dennoch absolut nicht die gleiche Frage wie Frage 1 In Frage 1 frage ich dich nach Gründen ab wann man aufgeben darf, ab wann etwas nicht perfekt sein darf und so weiter Hier in Frage 10 möchte ich von dir wissen, wann kann es sinnvoll sein Ziele aufzugeben oder etwas loszulassen und häufig ist es so, dass hier zwei völlig verschiedene Antwort zustande kommen Also zehntens Wann kann es sinnvoll sein Ziele aufzugeben oder loszulassen Und die letzte und elfte Frage lautet Worauf möchtest du am Ende deines Lebens zurückblicken? Diese elf Fragen helfen den meisten Menschen in meinen Coachings nochmal ganz gut zu reflektieren dass es häufig nur einen Weg gegeben hat den die Eltern oder die Vorbilder vorgegeben oder auch vorgelebt haben und dass es eine ganze Welt gibt außerhalb dieser sehr krass disziplinierten und fokussierten Vorstellung die es zu entdecken gilt die voller Möglichkeiten steckt und ja in der man den Druck eben auch mal ein bisschen rausnehmen darf die Fragen bezüglich der Kinder tauchen bei mir im Coaching sehr 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 häufig auf weil Eltern oftmals nicht nur an ihren eigenen Ansprüchen oder Ängsten oder ja die eigene Sicht auf die eigene Leistung zerbrechen sondern oftmals noch eine Doppelbelastung erleben weil sie merken dass sie ihren Kindern genau das weitergeben und aber auch keine Alternativen finden können wie die Schulzeit für die eigenen Kinder vielleicht weniger stressig gestaltet werden kann oder wie eben auch so Versagensängste oder zu hohe Ansprüche an sich selber losgelassen werden können in den letzten Folgen hast du dir angeschaut was da war die Überzeugungen die du gelernt hast zu leben mit den elf Fragen hast du jetzt also nochmal die Möglichkeit auf eine Art Suche zu gehen und vielleicht zu entdecken dass es bestimmte Dinge gegeben hat auf die du nicht vorbereitet wurdest weil selbst der Gedanke dass es vielleicht anders gehen könnte keinen Platz gehabt hat bisher und falls ein Unterbewusstsein nach gar keine Antwort auf diese Fragen kennt ist es an dir sie nun festzulegen am besten aus der Sicht einer gütigen vertrauenden Mutter oder eines gütigen vertrauenden Vaters der oder die die diese Antwort bereits im Kindesalter hätte mitgeben können wenn sie sie selbst von ihren Müttern und Vätern gelernt hätten und auch das Mantra der Woche ist diesmal eine Frage ab wann darf ich genießen wo lernen wir wo lernen wir leben und wo lernen wir lernen und wo vergessen um nicht nur erlerntes zu leben wo lernen wir klug genug sein die Fragen zu meiden die unsere Liebe nicht einträchtig machen und wo lernen wir ehrlich genug zu sein und unserer Liebe zu Liebe die Fragen nicht zu meiden wo lernen wir uns gegen die Wirklichkeit wehren die uns um unsere Freiheit betrügen will und wo lernen wir träumen und wach sein für unsere Träume damit etwas von ihnen unsere Wirklichkeit wird Erich Fried Guter Mann Wenn du auch in deinem Alltag kleine positive Impulse für dein Wachstum suchst oder ab und zu einfach mal lachen willst komm doch mal im Burnout Coaching Berlin Universum vorbei vernetzt dich mit mir auf Instagram und Facebook und hab mich quasi immer in der Tasche dabei Wir sehen uns und bis dahin bleibt gesund und schalte übernächste Woche wieder ein wenn die letzte Burnout von der Leichtigkeit des Seins Folge vor der Sommerpause kommt Deine Susi habe ich sehr viel consultant Untertitelung des ZDF, 2020